Mehr als 20 Betriebe haben auf dem Gartenschau-Gelände in Kaiserslautern ihre handwerklichen Fertigkeiten demonstriert und zum Mitmachen eingeladen. Anlass war der zweite Tag des Handwerks am 15. September, der bundesweit durchgeführt wurde. Handwerk zum Anfassen war das Motto des Tages und deshalb nahmen auch viele der rund 2000 Besucher selbst den Hammer, die Kelle oder die Steuerung eines Baukranes in die Hand. Untertitelung des ZDF, 2020 Für Stimmung sorgte dabei die Marching-Band Vanetschek, die spontan den Zimmermannsklatsch auf dem schwebenden Dachstuhl musikalisch begleitete. Auch die Ministerin für Wirtschaft, Klimaschutz, Energie und Landesplanung, Frau Evelyn Lemke, ließ sich den Besuch bei der Veranstaltung nicht nehmen und informierte sich bei einem Rundgang über die Vielfalt des Handwerks in der Pfalz. Den Abschluss bildete die After-Work-Party mit Harald Krüger, Wald Bender und jeder Menge Rock'n'Roll. Untertitelung des ZDF, 2020